Hallo und herzlich willkommen zurück zu Plants for the Mongos. Wir machen jetzt weiter mit der Pogo-Party. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ja, wann kommen die bösen Männer denn endlich? aber kommen die bösen männer denn endlich voran ja 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 kommen doch falsche lenkt du affengeburt doch mal nach oben ja leck mich doch am sack was auch jetzt etwas anderes ja bösen männer hat so gewollt ja 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 ihr bösen männer habt das ja so gewollt also zeigt sich was ich so alles drauf ob nutella auf dem brot ja ich sag es euch jetzt richtig weil ihr habt mich wütend gemacht ich war ich für die dinger jetzt war ich für den magnet noch 50 gehofft wird und 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 ja gibt mir noch eine sonne ja geht doch einfach weg du behinderte affenkopf mensch ja um eine sonne meine sonde kommt schon einer einer hat das kann man nicht sein dass eine sonne ist solange braucht dass man sich zwei dran jetzt mal macht die doch noch weg ja komm mit mich hat auch zu knuspen wir fotzen wird irgendetwas wichtiges ja irgendwas wichtiges was nicht denke nein also ich wurde entschieden und das finde ich komplett scheiße von diesem spiel weil die immer genau dort entschieden wo ich die verteidigung nicht habe ja das ist doch voll beschissen das ist wenn wir den licht ja ich brauchte es ziemlich richtig okay ich mache einen test weil das ist glaube ich kein richtiger zufall was da passiert kein zufall ja ja noch einmal ist denn endlich den trick herausfand noch eine millionen jahre ja genau ok ist betrug macht den mann weg ich weiß jetzt wie ich es mache ich werde jetzt zum super saison passt auf was auch was ich sage ich warte jetzt bis der erste kommt und dann mache ich jetzt die woanders auf der anderen lane euch nicht vorher weil deshalb echt betrug wenn die event immer genau dann von dort hin sparen wo die nicht in sparen sollten müssen dürfen aus wäre doch wo man kann ich schon immer ist voll behindert aber jetzt warte ich mal bis der böse mann kommt ja 200 sonnenlicht bisher nicht mehr wichtig ist ja hat doch deine fresse du böser mongos böser mann ja geh doch einfach mal hier hoch also schnell ist denn der alter der ist super schnell ja ich komm leck mich wie mache ich es am besten ich glaube ich mache es so wie ich es am anfang geplant habe ich stelle die mauer von trump beschütze damit meine pflanze und spar damit noch ein bisschen klaren geld ich habe noch eine bessere idee und dann für beides jetzt start ich habe zehn minuten gebraucht bis ich endlich mal ein anfang finde was sich lohnt vielleicht schaffe ich das trotzdem nicht und dann heule ich herum weil es ist doch behinderte scheiße ja der böse mann der kann mich doch mal an meinen sagt niemand mag die bösen mann ja in person man niemand mag es hohohohoho 200 gold denn bin ich erst zufrieden mit der kacke ja ja gut gemacht geht auf die selbe seite jetzt habe ich auch die verteidigung für eine andere lane ja habt ihr so gewollt wie lange überlebt denn da der böse mann kann sich mal schon verpissen und ha Wer bist du, böser, ekelhafter Macher? Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Böser man. Niemand mag dich, ha-ha-ha-ha-ha-ha. DumpER ? ? ? Can you see, idiot? ? ? ? ? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du bist ein ganz böser Mann Deshalb verlierst du auch gegen mich, weil du nichts kannst Ja, böser Mann verliert gegen mich, weil er ist komplett böse und kacke Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-Klein-K der böse man denn das war einfach viel zu einfach nach ein paar mal herausfinden wie das level programmiert ist aussehen aus dem spiel geklickt aber ist ja komplett ok weil ich bin behindert ja nach noch nicht mein muss das traurig die bettischen muss hoffentlich bis jetzt glücklich machen kann macht das noch langweiliger ja die haben ausgerastet aber jetzt ist das zu einfach einfach ja so viel zu einfach ja bitte macht es noch schwerer weil sonst ist so einfach nein ich finde es lustig dass wir noch den butterfeld werden die auf dem postig sind an die butter keine berührung auf die simon die mutter hoppenpogo macht sind ja das noch so viel gegen butter gegen mutter das geht doch mal nicht gar nicht ja ja man kann nicht die monen gegen mutter sein und nein das geht nicht ja man 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 ja im und gegen mutter das geht doch ganz und gar nicht und dass das wichtigste auf der ganzen welt 좋et dass das geht und Dum, dum dum dum. Dum 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 bereit geworden Italia. Für einen Pro-Vimi. Ich geh auf K. naja viel zu einfach für den mannwechsel art ja die letzte doch noch mehr lasst die doch in hohe meine pflanzen ja hat meine pflanzen doch einfach mal in ruhe ihr böse männer ja ihr habt es nicht verdient zu leben gewonnen ja ich hab den pokal dr sombo's revanches im dm 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 dr sombo's ja wo ist jetzt dein essen ja du hast den kopf mensch kannst doch gar nichts ja ich hab doch riesen dass du kannst gar nichts pot aber ich brauche kein pot of creed kam auf holt du bist die scheiße doch mal ein wer bitte macht es damals mir ja ich kann nicht singen aber ich tue es trotzdem ja weil ich bin ein behinderter dm 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 denn dann auch mehr garbage katapulte ich brauche ich doch nicht ja nein ich brauche ich doch nicht ja du böser mann verpiss dich doch von der welt ja du ekelhafter fetter mann verpiss dich doch von unserer welt tot oder sein kind zu werfen ja du fetter affenkorb mensch ich mach dich jetzt fertig jetzt ist bestimmt dein lkw auf weil mein wohnwagen nicht nein zu langsam ach genau steht doch noch mehr ich bin bereit für deine frakte ja warum machst du immer den selben angriff das verstehe ich nicht ich nein 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 die du 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 böser mann strapphochmung muss jetzt nicht nachlaufen ja genau wirft noch einen in dir selbst in fahrt du affe ja genau er ist da doch alles geplant und programmiert sondern das auf so oft in der selben phase holy shit und dann geht er noch nicht mal runter oder so ist der kann verpackt war ich so gut habe ich ihn verbar oder oder auch nicht ja habe ich den wort verkackt ja weil ich habe ihn nämlich verwacht habe ich das weiter geht nicht mehr nach unten die fünf und schon seit 100 mal 100 mal in der selben phase herum ja schon seit 100 jahre hin wenn wir in dieser phase herum und er will einfach nicht herunter kommen ach jetzt kommst du herunter der langen dort hier ist noch kein jalapeño hier ist noch kein jalapeño hier ist noch kein jalapeño ich bin noch ein jalapeño und kein pot ich habe es genau dann macht er das du bist du bin der da schieter Ja du bin der Affenkorb, ich schaffe dich und deine Familie. Ja wieso tust du mir denn das arm? Ach 5 bei Jalapeno, ich könnte die Rasen klären. Gib mir Pflanzen mit, denen ich auch was anfangen gehen kann, weder explodierst. Noch kurz. Oh ja. Dort wird stehen noch. Ich schieß doch mal. Er wirft wieder seinen hohen Wagen. Ich gehe nicht. Ja. In Florepott. Gab dich gerade vollst. Na gut. Gab ich spurt. Gib mir doch, ein Pott. Ja, ihr böse Männers, verpisst euch doch von meinem Dach. Ja, easy. Hätte ich doch mal besser gewartet, wäre das jetzt so schön, okay. Ne, ist zu spät, hat daneben, ihr habt alle daneben geschossen, ihr habt alle gefeuert. Na gut, war jetzt nicht so schlimm. Ja, ihr habt alle gefeuert. Ja, ihr habt alle gefeuert. Sein Geld. Von woher kommt der die ganze Monkos, ne? Scheiße. Na jetzt, war ich nice. Gut. Ach, ciao Peño. Stirb! Scheiße. Oh, der los ist schon. Oh, ist er dumm? Nein! Die waren mir wichtiger. Und dann, 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 dann. Oh, ich glaube, ihr gewinnt. Was heißt, ich glaube, wir werden hundertprozentig gewinnen. All in meine Freunde, all in. Ja! Gewonnen. Ha! Ach! danke und damit hätten wir jetzt alle mini spieler unter kreft mit alt 20 mini games back to menu eine pflanzen wahrscheinlich das und das und das und das und das ja ich habe pflanzen ja pflanzen tanzen ja der kurs der kurs muss der musikspieler um leid aber ich habe nicht frei und zu tollen habe ich nicht das kann ich aber holen gary puzzle racebreaker wir haben schon gespielt ja komplett die die Diese Kacke Und gewonnen Ah, easy Ein Tisch grasiert To the left To the left Ah Nichts getötet Ja, ich habe gewonnen Schon wieder Ich bin der Boss Ich habe gewonnen Ja, gewonnen Gewonnen Ja, gewonnen Ja, mach die Verhekt Danke Easy Broadway Nee Broadway wenn einer von den langsamer ist wenn alle langsamer halb toten zombie der hinsel aufgeknispert wurde nicht manche etwas verloren wegen den darum ist wahrscheinlich höchstens maximal drei stunden bis er weg ist und so lange warten jetzt muss schon zu einem triffel tot aber er ist auch so ein drittel tot könnte knapp werden naja er ist auch gesloten das bedeutet er ist schon zu zweitrittel tot oder ein zu dir ist tot meine schon zu einem tritt und zwei drittel tot wenn der zuerst tot ist ja was soll ich tun ich weiß es nicht überlebe ich überhaupt diese runde überlebt noch länger kleiner freund du wirst es überlebe hin und bitte schafft es nein du wirst dafür sterbe du und so habe schon gesagt ein reaktion BAM 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 Ah, danke. Bösemänner hast. Mh, ups, wollte ich nicht. Was ist jetzt hier? Weiß das nicht. Nein. Nussbart euch doch gegen gegenseitig einfach mal weg. Mh. ja gewonnen hin schon wieder hat ja viel zu ruhig diese ms format weiter ihr solltet oder was ja genau ein fehler nein das ist das verloren wie ich es verloren darf ja super an lakete alter wie ich das verloren habe unglaublich damit hätte niemand gerechnet nein niemand so gar nicht mal ich das wird euch auch doch was geht denn seit ich zu ficken mir der böse nun nasa na nee bitte nicht nein 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 hot damn ja ach das war ja wirklich weil wie ich daran habe dadurch dass den pilz gesetzt wurde von diesen kleinen box mongo die box weg genommen und dadurch konnte er nicht mehr explodiert und ist durchgelaufen endlich mal ordentlich pflanzen ich auch was anfangen kann den 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 im hier Da hinten drin gefroben ist. Ja, easy. Rino fertig und dann durch. Easy. Ok Pocky. Ja. Superlucky for me here. No, I'll have to go. DUM 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 Weil das wäre sonst ziemlich gemein, würdet ihr das tun. Dankeschön. Weil er traurig guckt. Hm, was nutzt du mich an? Hm, ich mag es nicht angekündigt, was zu werden. Hör auf mich an zu knuspen. Dum 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 dum. Stirb. Doch endlich mal weg. Dum dum. Ja, du hast ich verloren, wenn du gegen mich spielst. Ja, ha, 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 ist doch so. Jawohl. Und noch ein schönes Reaktion. Gut. Oh, klein Gott. mach doch mal meine pflanzen nicht kaputt du affenkopf mensch ja ich wasse dich du ja mach hin und töte ihn noch ein level dann gibt es endlos oder endlich so weiß ja okay no du trege gashita ja, der Cheap hat doch geildet gewonnen haben wir das alles in einen part gemacht aber schon das war später tschüss